Römisch 4 Die Bedeutung Krishna Chaitanyas in der indischen Gottesoffenbarung Das Leben Chaitanyas, das selbst den Weden verborgen ist. Chaitanya Bhagavata 1.1 Historischer Hintergrund Der Schauplatz ist Indien in den Jahren 1486 bis 1533. Der größere Teil des Landes, das ein ganz eigener Erdteil ist, wird damals schon seit mehr als drei Jahrhunderten von den aus dem Nordwesten eingebrochenen Mohamedanern beherrscht. Die Afghanenherrschaft ist 1526 zerbrochen. Der Großmogul, ein Abkömmling Genghis Khans und Tamerlans, sitzt auf dem Thron in Delhi. Die Hindus werden hart unterdrückt. Der Grundton der gegen siegerichteten Gesetze liegt darin, alle Nicht-Moslems sind Feinde. Die bloße Bezeichnung Zimi für alle, die nicht-Mohamedaner sind, ist ein Schimpfname, der politische Minderwertigkeit und Hilflosigkeit bedeutet. Besondere Kopfsteuern sind über sie verhängt. Die Hindus dürfen keine Tempel für ihre Götzenbilder errichten. Sie dürfen Tempel, die von den Mohamedanern zerstört worden sind, nicht wieder aufbauen. Sie dürfen sich nicht kleiden wie die Moslems. Sie dürfen keine Namen gleich denen der Moslems annehmen. Sie dürfen keine Waffen tragen. Sie dürfen ihre Häuser nicht in der Nähe der Häuser der Moslems bauen. Sie dürfen ihre Toten nicht in der Nähe der Moslem-Friedhöfe bringen. Sie dürfen ihre Toten nicht laut beklagen. Der Übertritt eines Mohamedaners zum Hinduismus und ebenso Propaganda dafür wird mit dem Tod bestraft. Zakirat ul-Muluk von Saik Hamadani Fußnote 284 Auch wenn Gesetze in der Praxis nicht immer eingehalten werden, weil es an brauchbaren mohammedanischen Verwaltungsbeamten mangelte und Hindus zuweilen als Minister, Leitärzte, reiche Steuereinnehmer und so weiter einflussreich wirkten, waren die mohammedanischen Herren doch immer unberechenbar. Auf grausame Launen, Unentehrung und hartes Gericht musste man immer gefasst sein. Auch in Bengalen, wo zu Chaitanyas Zeit der kluge, bald wohlwollende, bald grausame Hussein Shah herrschte. Die Moslems verachteten die Hindus, die Hindus verachteten die Moslems. Die leichteste Berührung verunreinigte, ließ die Kaste verlieren. Es gab noch bedeutende Hindu-Reiche, wie zum Beispiel Pandya Mithila, Mevar Orissa und Vijaya Nagar. Die beiden letzteren waren Großmächte, die innerhalb des weiten Erdteils Indien an Macht und Reichtum dem heutigen Deutschland oder Frankreich in Europa entsprachen. Auch im Westen gab es noch die halb unabhängigen Fürstentümer der stolzen Rajputen. Fast immer da herrschte zwischen diesen Ländern Krieg. Auch die Hindu-Reiche führten Krieg miteinander. Während der König Pratapa Rudra von Orissa 1497 bis 1540 mit einem Feldzug gegen Vijaya Nagar beschäftigt war, brach im Norden der Mohammedaner Hussein Shah über die Grenze, drang bis zur heiligen Stadt Puri vor, zertrümmerte und besudelte die Tempel, schändete die Bildgestalten Gottes. Das Bildwerk Jagannats war von den Priestern in der Tiefe eines Sees verborgen. Das alles war Hintergrund des Lebens von Krishna Chaitanya. Das Wesen, das später als Krishna Chaitanya bekannt wurde, kam als Kind sehr angesehener, aber sehr armer Brahmanen-Eltern in der Vollmondnacht des indischen Mondmonats Pal-Guna, 12. Februar des Jahres 1486 ad zur Welt. Millionen Menschen in Indien beginnen ihre Zeitrechnung noch heute mit dieser Nacht. Sein Geburtsort war Navadvipa, auf neun Inseln des Gangestromes Ganga gelegen, etwa 80 Kilometer nördlich der späteren Stadt Calcutta, die es damals noch nicht gab. Er war ein ausgelassenes Kind, aber wegen seiner Schönheit und Lieblichkeit wurde er trotz seiner Bubenstreiche von allen geliebt. Wegen des goldenen Leuchtens seines Leibes nannten ihn viele Gauranga, Goldgestalt oder Gaura Krishna, den goldenen Krishna. Da sein älterer Bruder Vishwarupa nach eifrigstem Studium plötzlich das Haus verließ, ein schweifender Bettelmönch wurde und verscholl, ward Gauranga das Lernen verwehrt, damit er nicht dem Beispiel des Bruders folge. Als es dem Knaben dann doch gestattet wurde, Unterricht zu empfangen, eignete er sich in kürzester Zeit großes Wissen an, begann bald selbst zu lehren und unterwies eine immer mehr ansteigende Schar begeisterter Schüler in Sanskrit, Philosophie, der Grammatik und Logik. Er heiratete früher. Als seine Frau starb, vermählte er sich auf Wunsch der Mutter ein zweites Mal. Von den Gottgeweihten, den Bhaktas von Navadvip, war er mit großer Hoffnung betrachtet und fernher geliebt, doch auch wegen seiner durchdringenden Intelligenz und Schlagfertigkeit als ein arroganter Gelehrter gefürchtet. Schließlich liefen die Bhaktas davon, wenn sie ihn nur von Weitem sahen, um nicht in Wortgefechte verwickelt zu werden. In seinem 23. Jahr, als er in Gaia, dem uralten Braucher gemäß, die Totenrieten für den verstorbenen Vater vollzog, begab sich anscheinend eine vollkommene Umwandlung seines Wesens. Das heißt, das, was in ihm schon immer verborgen war, brach plötzlich hervor. Unerhörte Kraft dienender, erkennender Gottesliebe. Prima Bhakti. Er vermochte, nicht mehr Grammatik zu unterrichten. Alle Worte erklärte er bloß in ihrer Zuordnung zu dem Namen Gottes. Ungefähr ein Jahr lang entfaltete er singend und tanzend und philosophische und theologische Unterweisungen gebend, sein neues Leben gemeinsam mit den entzückten Bhaktas von Navadvipa. Im 24. Jahr gab er auch diese Lebensweise auf, verließ Mutter und Gattin und ward gleich dem Bruder, ein Sannyasi, ein schweifender Bettelmönch unter dem Novits Namen Krishna Chaitanya. Während mehrerer Jahre unternahm er große Pilgerfahrten, zu Fuß wandernd, vom Ganges zur heiligen Stadt Puri an der Ostküste Indiens, dort, wo in dem berühmten Tempel Krishna als Jagannath, als der göttliche Herrscher des Weltalls, verehrt wird. Von dort zur äußersten Südspitze Indiens, zurück nach Puri und später nach Bengalen, wieder nach Puri und dann nach Benares und noch weiter in den Westen Indiens nach den Auen von Vrindavan, dort, wo einst Krishna seine Kindheit und Jugend verbracht hatte. Die letzten 18 Jahre seines Erdenlebens verbrachte Chaitanya in immer größerer Abgeschlossenheit in Puri. Doch jedes Jahr kamen Hunderte seiner Freunde und Jünger aus Bengalen zu ihm, feierten mit ihm zusammen das große Wagenfest Jagannaths und verbrachten in Puri die vier Monate der Regenzeit. In seinem 48. Jahre, 47 Jahre und vier Monate, im Jahre 1533 christlicher Zeitrechnung entschwand er plötzlich. Ein grammatisches Werk seiner Jugendzeit ist verloren gegangen. Eine von ihm selbst geschriebene Handschrift der Bhagavad-Gita ist erhalten. Ferner sind einige wenige, aber sehr wichtige Sanskrit-Strophen überliefert, die nachweisbar unmittelbar von ihm verfasst und dann von seinen Schülern niedergeschrieben wurden. Die zeitgenössischen Quellschriften über Chaitanyas Erdenwandel gehören zu den wichtigsten Dokumenten über Indiens Geschichte, Kulturgeschichte, Religion, Philosophie, soziales Brauchtum und das Verhältnis zwischen Hindus und Mohammedanern zu einer Zeit, da jenseits des Weltmeers Amerika entdeckt wurde. Die Renaissance der antike Blüte, Martin Luther auftrat und sich mit der Reformation die Kirchenspaltung vollzog. Doch alles historische und kulturhistorische Geschehen ist in diesen Texten bloß der Hintergrund für etwas ganz anderes. Was ist Chaitanyas Besonderheit gemäß den übereinstimmenden Zeugnissen seiner Jünger und deren Vertrauter Schüler? Die Kirchenspaltung